. . . Los. Alter, diese riesen Hebel und Schalter überall. Die sollen wir ja nicht verpassen. Warte mal, ich hoffe, man sieht die... Okay, ich kann gar nicht nachgucken gerade. Die Ironie des Schicksals. Ein Mann versucht, Zeit seines Lebens die Welt zu zerstören. Und jetzt ist sein Sohn der einzige, der sie retten kann. Und ich eile zu seiner Rettung. Der Mann, der seinen Vater getötet hat. Wie gesagt, Ironie. Ich weiß nicht, vielleicht ist es Schicksal. Was? Moment mal. Zeit, dass jemand meinen Platz einnimmt. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie das tun. Ich glaube nicht, dass ich dafür bereit bin. Sie haben es bis hierher geschafft. Also, ich muss leider sagen, diesen Pierce-Charakter fühle ich gar nicht so hart. Dieses Spiel versucht ihn einzubringen, aber nee. Gar nicht. Wer zum Teufel hat das Geld, um so etwas zu bauen? Das sieht schwer nach Neo Umbrella aus. Aufgepasst. Es gibt bestimmt eine Überraschung. Verstanden. Ich mag Überraschungen. Geh weg, das Meider. Kapitän. Kapitän. Okay. Toll. Das spoilert. Wir werden also festgenommen irgendwann. Hey. Ich glaube, ich hab's. Wir sind aufgeflogen. Wir müssen weg. Danke. Hast du wieder Toll gemacht? Ich bin kein ITler. Kapitän, können Sie Ihre Position bestimmen? Der Techniker wurde informiert. Sie sind in einer Art Forschungsstation. Erreichbar über die unteren Ebenen. Holen wir sie. Da, da, da. Ich möchte mich da drüben umsehen. Hä? Kapitän, helfen Sie mir. Okay, gut. Bitte. Dann hau ab. Ich wollte eigentlich bloß die Kirche kaputt machen, aber okay. Hau ab, hab ich gesagt. Der Propeller versperrt mir den Weg in den Luftschacht. Der Propeller. Versuchen Sie uns um da oben auszuschalten. Er ist aus. Was denn? Okay, ich gehe rein. Ja, verdammt. Hm. Mal sehen, was hier ist. Warten Sie auf Befehle. Verstanden. Da ist noch ein Propeller. Hier ist schon wieder so ein Propeller. Bin dabei. Nur einen Moment. Kann ich dir von hier unten irgendwie helfen? Hm? Pierce, hier ist schon wieder so ein Propeller. Bin dabei. Nur einen Moment. Vorwärts. Erst aus. Sie können durch. Vorwärts. Hö! 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 Der Aufzug hat jetzt wieder Strom. Verstanden. Ich treffe sie dann oben. Nö. Ich bleib hier unten. Kannst mich nicht zwingen hochzukommen. Hier geht's nicht weiter. Ich komm hoch. Also, hier geht's weiter, aber nur mit dir. Sagen wir's so. Hey. Schauen wir gleich wieder runter. Geben wir wieder runter. Wir müssen sowieso runter. Also, komm. Alter. Alter. Steuern. Wenn wir beide gleich wieder rauslaufen würden. Ja, weil die Kamera direkt wieder rauslugen will. Ah. Mann. Geben wir wieder runter. Wow. Danke. Dieses Waffen wechseln ist ganz besonders in diesem Spiel. Was du übrigens schon immer mal wissen wolltest, auf der Taste 3 ist Ausweichen. Allein sowas zu hören, tut schon weh, ehrlich. Der hat schon mal jetzt die Fliese wegballert. Ja, und sein Helm ist auf der Stelle geblieben, nur er ist weggeflogen. Hey? Ja. Ja, da ist doch noch einer, also ist der über uns. Also ich muss sagen, dass Resident Evil 5 definitiv das bessere Spiel wäre. Das Hexe ist ein Downgrade. Auch so von Komfort und Steuerung und allem. Ich finde auch tatsächlich von der Grafik her. Also wahrscheinlich hatte der Film eine genauso in Anführungszeichen schlechte Grafik, aber es ist nicht so aufgefallen. Ja. 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 Ich achte da gar nicht so drauf tatsächlich. Daran, aber vielleicht ist es mit der Musik hier auch so, dass er sich versucht anzupassen ans Geschehen und, naja, weil das Spiel glaube ich nicht mehr selber weiß was passiert, hat es Probleme damit. Also weil die Musik, sie sagt, dass die Musik ab und zu ein bisschen schief klingt. Jetzt aktuell klingt es zum Beispiel nicht schief. Immerhin das kann ich sagen. Also ich hätte lieber wieder das mit dem Fünfer, dass ich nicht während dem Laufen schießen kann, als die Steuerung von hier, muss ich sagen. Jupp, hier sind 78 Hebel. Mhm, freu mich jetzt schon drauf, was wir machen müssen. Mhm, stimmt irgendeine Reihenfolge? Ach du Scheiße, ich sehe jetzt erst, wie viele Granaten ich habe. Jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet, Sada. Naja gut, beim nächsten Mal vielleicht. Na gut. Wir können auch schon mal diese Hebel noch betätigen. Jupp. Oh ja, doch, hör mich an, Baby. Die Kackabolle sind geliefert. Hallo, Fremdler. Räder? Heute? Ja, ich bin, oder eher, ich war es. Betrachten Sie das als Abschiedsgeschäft. Sie sind weit gekommen. Sie müssen von der BSA-Aheimen gehen, wobei das unnächtig ist. Oh Gott. Sie können mich nicht aufhalten. Keiner kann es. Eine Rakete. Und die Welt wird eine andere sein. Ein neues Team. Für meine letzte. Und größte Schöpfung. Er wird in der Asche der brennenden Städte geteilt. Ups. Arbeitsschutz für den Feind, oder was ist mit dir? Er wird herrschen, als König einer neuen Gegend. Ich könnte es sagen können, dass Luke kommt. Ich guck's sehen, kommt Luke. Können Sie das HQ erreichen? Nein, dazu müssen wir nach oben. In Ordnung. Holen wir Jake und Cherry hier raus. Kommen Sie. Jake und Cherry, Jake und Cherry. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wo ist eigentlich dieser Sniper? Keine Ahnung. Müssen wir eigentlich irgendwas machen? Weil deine Zeit abläuft? Überleben? Ich hab keine Ahnung. Ich geh jetzt auch mal davon. Warte mal. Ja doch, wir haben doch diese Andockbrücke ausgefahren. Schon wirklich nur überleben, oder? Danke. Ganz abgeschlossen. Luftdruck wird angepasst. Bitte warten, bis der Luftdruck normalisiert ist. Oh. Der muss weg vom Hebel. Mehr Kupons brauchen wir nicht. Mist, es sind so viele. Wir müssen einfach durchhalten. Wir müssen einfach durchhalten, bis der Luftdruck wird angepasst. Ist das denn Spaß da oben? Geht so, ja? Wie schaut das denn aus? Ich weiß nicht, ich komme mal hoch, weil der Muni liegt. Warte, ich helfe dir. Hier. Jetzt hat mich der Sniper von oben getroffen, ehrlich. Ich habe gerade vier verschiedene Waffen in der Hand gehabt und keine war die richtige. Alter, hast du das gesehen? Nee. Alter, ja, ich weiß. Können wir bitte einfach gehen? Komm in die Tür jetzt. Das ist mir zu blöd. Also mit dir, nicht mit den Gegnern. Verstehe. Sherry Birkin. Freut mich, sie wohl aufzusehen. Moment, haben sie uns gerade befreit? Ja, Sakura. Sie sind ihrem Vater ähnlich. Woher wussten sie, wo? Halt, Moment mal. Hast du ihn gekannt? Ich habe ihn gekillt. Ja. Habe ich. Und ich habe ihn getötet. Das boxt mich. Darüber kann er eigentlich nicht böse sein. Ich finde es gut, wie sie das Ding immer noch umlegen. Jetzt schiefe ich aber wirklich. Du wachst es mir, Befehle zu geben. Aufhören. Waffe runter. Los. Was war es? Hast du nur Befehle befolgt? Oder war es persönlich? Beides. Beides. Oh, ich habe recht. Ja, klar. In drei Sekunden jage ich Ihnen eine Kugel in den Kopf. Waffe runter. Man, hast du einen harten Schädel. Meine Ohren tun weh. Hier geht es um viel wichtigeres als dich und mich. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, weiß er, dass sein Vater Wesker war? Oder war das jetzt einfach nur so, hey, ich habe deinen Daddy gekillt? Weil wenn er wüsste, dass es Wesker ist, dann sollte er eigentlich nicht böse drüber sein. Was stimmt eigentlich hier? Also wirklich, legit nicht. Auch wenn es doch Papi ist. Leute, das hier scheint eine Art Aufzug zu sein. Und das ist noch einer. Los, raus hier! Hier ist irgendwo ein Emblem. Mein Spider-Sense schlägt aus. Infektionsrate 100%. Tja, dann wird es Zeit, die Masken aufzuziehen. Was zur Hölle ist das? Das wird alles besser machen. Also ich stehe hier an dem Hebel. Ich auch. Okay, dann muss Sherry jetzt rüber. Gehe ich vielleicht am falschen? Nee, theoretisch ja, aber Sherry kommt. Sherry ist mir lieber als du. Hehehehe. Sie wussten, dass Jake Weskers Sohn ist? Ich hätte nicht gedacht, dass die BSA davon wusste. Leon hat es mir gesagt. Er sagte mir auch, wo ich sie vor... Wo? Er ist okay? Gut. Ich bin schon Zimmel, hätte ihn erwischt. Nein, es geht ihm gut. Im Moment jedenfalls. Aber er hat noch einiges vor sich. Der Ausbruch in China lässt Becruz hinten fast anders rücken. Wir brauchen einen Impfstoff für den C-Virus. Sofort. Also verpassen Sie, Jake. Ich bringe sie beide hier raus. Versprochen. Und wenn es das letzte ist, was ich für die BSA tue. Tja, glücklich, dass du den Captain damals nicht umgebracht hast. Denn sonst wirst du jetzt tot. Es ist mir wahrlich die reinste Freude, dir den Arsch hängen zu müssen. Oh, wann hältst du denn hier die Klappe? Willst du das? Ich ausraste. Hallo? Ich freue dir nicht und ich mag dich nicht. Schön für dich, Arschloch. Das können wir klären, wenn wir hier raus sind. Alter, wie kann ich? Ich werde sterben. Wie kann ich denn das Erste-Hilfe-Spray verwenden? Schießen. Du rüstst es ja aus, wenn du eine Granate so verwenden soll. Alter, wie viel Loot da unten ist. Alter, wie viel Loot da unten ist. Ich habe jetzt aber auch keine Heilung mehr, Leute. Da war Loot. Wie viel das ist, wenn du siehst, da war und ich kannst. Da war es nicht. Wunderschön. Können wir nicht tauschen, ich habe nichts zum Heilen. Bye. Wir müssen klettern. Los, frissen Andi. Schnell, sonst stürzen wir mit ihm ab. Du bist echt kacke. Schnell, sonst stürzen wir mit ihm ab. Los, los, los! Ich habe sie! Ich möchte hinzufügen, dass ich da schon länger gewartet habe. Das Leben kostet mich höchstens mit dir zu spielen. Wir müssen da hoch! Schnell, sonst stürzen wir mit ihm ab! Kapitän, hier drüben! Okay, ziehen Sie! Piers! Kannst du dir bitte nicht so viel Zeit lassen? Kapitän! Was hast du denn da oben gemacht? Ein Teekränzchen! Hm. Du warst da jetzt drei Sekunden oben, ohne was zu machen! Kapitän, wir müssen da hoch! Ich habe die Lage gecheckt. Gott! Ich glaube, ihr werdet schon mit allen durch, wenn ihr nicht mit dir spielen müsst. Ganz im Ernst! Da hast du viel mehr vor dem Spiel schon. Ich habe von dir genug. Schnell, sonst stürzen wir mit ihm ab! Los, vor mir! Na los! Ich habe sie! Fierce! Oh, müssen wir jetzt schießen! Was soll das mit der Kamera? Ich habe keine Ahnung. Das ist mit dem Controller halt leichter zu handeln, also da entgegenzuwirken, als mit der Tastatur. Das Mist hier ist entw academically. Doch ist es Sarah. Weil du kannst 360 grad den Charakter bewegen, wir nicht. Wir haben nur acht Richtungen, in die wir den Charakter bewegen können. Eda hatte Anfang von Anfang an vor diese Bestie freizulassen. Und wenn du jetzt nö sagst, dann hol den Controller raus und beweis es dir. Hallo? Was machst du da oben? Alter, du bist der Gottverdammt nochmal schlechteste Spieler. Nö. Nein. Nein. Ich wette mit dir, du musst da oben nicht mal irgendwas drücken. Du kannst direkt V drücken. Nein, ich muss mich umdrehen. Das, was man hier steuern kann, das ist auf dem Controller aber besser. Ich hab sie. Bamm. Mist. Hey, weiter. Das Mist hier ist entmündet. Ba-dam-ba-dam-bam-bam-bam-bam-bam. Der Eder hatte offenbar von Anfang an vor, diese Bestie freizulassen. Verdammt! Dann waren die Raketen nur Ablenkung. Captain! 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 Pierce! Hier drüben! Ich habe ihn mir verklickt. Wir haben sie ja knapp noch. Noch Simmer on the play. Kannst du bitte aufhören, mit Säuregranaten zu schießen? Alter, der hättest uns fast nochmal umgebracht. Oh! Okay. Stop it. Oh! Oh! Okay. Also Kontrolle würde sogar gehen, aber ich weiß jetzt die Steuerung gerade nicht. Oh. Was ist passiert? Ein Handy kriege ich. Bei dem hat sich was eingesteckt. Also der hat sie, ne? Außen rum ist Loot. Ich brauch was, du nicht. Okay. 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 Um... Piers! Alles in Ordnung? Geht mir schon besser. Wir gehen doch jetzt nicht wirklich davon aus, dass das Viech tot ist, oder? Hä? Doch. Tot. Ich meine, wir haben genau dieses Viech schon in klein gesehen und das wollte er schon nicht sterben. Oh. Ich hätte aber gerne mal wieder was zum Heilen. So eine Scheiße! Ich habe das Gefühl, dass das Viech im Wasser gefährlicher ist. Captain, die Zeit wird knapp. Wir müssen weg! Ich will verdammt sein, wenn ich hier bin! Ah! Ah! Piers! Hä? Ich bin durchgerutscht! Piers! Warte mal, warte mal, warte mal. Lass mich euch mal alles nachladen. Piers! Gute mal, komm! Locken und Pioneer! Was ist denn jetzt? Hm. Ich habe eine Heilung. Ich habe gar keine. Du hast das Leben. Captain, die Zeit wird knapp. Wir müssen weg. Könnt mein Charakter sich bitte gerade stellen? Alter. Captain, ich kann nicht vorbei. Ich will verdammt sein, wenn ich hier... Ah, okay. Oh, okay. Oh! Ah! And this is even further beyond! Ha ha ha. Mhm. Kein Problem, Pierce. Da war ein Problem. Nee, bitte. Die Kamera ist ganz, ganz fürchterlich. Die Tür ist einfach verschwunden. Oh, du wurdest gepierst. Also, theoretisch sollte dir der Arm nicht mehr wehtun. Wunderstumpf, man. Ich kann nichts machen. Das liegt an dir. Ich tropf schon auf das Ding zu. Benutzt halt deinen zweiten Arm. Okay. Der ist sogar noch da. Gäbe ich es jetzt mir oder ihm? Ah, wo ist es? Ah, wo ist es? Nami? Ich hab doch gerade geschossen. Oder was auch immer der macht. Du bist echt schlecht in dem Spiel. Du haltest die Zeit, dummes Dreck zum Aus. Es ist mir aufgefallen, dass wir immer nur sterben, wenn es auf dich ankommt. Da hilft dir der neue Superarm auch nicht. Brauchst du eher was für deinen Hirn. Du hast verstärkt, dass ich dich gleich auch erschießen muss, oder? Oh ja. Haben. Haben. Oh Gott, Pierce, was haben sie getan? Ist doch okay. Wieso bist du jetzt überhaupt ein Blitzviech? Ach, das, was er neigesteckt hat, war... Okay. Ja. Ich finde es so gut, dass mein Charakter jetzt einfach... Dass nicht ins den Cutscene startet, in der ich dich umbringe eigentlich. Mhm. Mal nebenbei bemerkt. Boah, das wär's doch jetzt, wenn wir jetzt gegeneinander kämpfen. Also du steuerst dich aber selber. Weißt du, wie ich mein? Ne. Das wär irgendwie krass. Das wär irgendwie krass. Ist der irgendwo in dem Leben, oder so? Ich bin der offen hinter mir her zu laufen, du komisches Viech. Hä? Hä? Druckabweichung festgestellt. Türen werden verriegelt. Druckregulierung wird eingeleitet. Hey, Chris. Ich hab nen Tennisarm. Geil. Ich weiß nicht, aber seitdem du so aussiehst, funkt es zwischen uns. Ich muss zum Arzt, ich hatte so nen Krippel nimmer an. Druckablassung eingeleitet. Ist das der linke oder der rechte Arme? Kehrs, kämpfen Sie dagegen an. Verhalten Sie die Kontrolle. Wir können aktuell nix machen, gell? Wahrscheinlich steht's halt gleich wieder auf. Ah, doch. Du kannst jetzt... Ah! Ich hab nicht das Gefühl, ich mach Schaden. Wenn das so dran liegt. Es wird zu früh, glaub ich. Wenn die in der Animation sind, dann hast du denen, glaub ich, echt keinen Schaden. Der lässt sich nicht abwimmeln. Wir müssen ihn erledigen, wenn er im Pokal ist. Ich kann so ziehen. Mhm. Kack dir. Aber aktuell kann ich sogar Schaden machen. Ja? Mir geht nur die Muni aus. Boah. Boah, da bin ich grad nur ausgewegt. So, jetzt musst du ihn im Kokau irgendwie schädigen. Und jetzt nochmal, weil... Ich hab nicht das Gefühl, ich mach Schaden, wenn er so ist. Ja, ne. Soll ich jetzt schießen oder nicht? Ah. Okay. Okay. Also war das echt Munitionsverschwendung von mir. Scheiße. Dann weiß ich jetzt nicht, ob ich genug Muni hab. Okay. Er ist wieder im Kokau. Du kannst nochmal. Oder auch nicht. Okay. 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 Now it's your turn again. Ich war zu früh. Ach, du kannst das auch? Anscheinend. Ich glaub, wenn er da oben ist, ist es Verschwendung. Da müssen wir wirklich warten. Jetzt? Ja. Ich glaub, da oben können wir nichts machen. Aber ich hab's gefühlt, er hat sich halt immer wieder, oder? Kann das sein? Ja. Ja. Tja, das wird lustig. Meine Munis aus. Ja. 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 Ich glaub, mein Arm klemmt. Hat er Ladehemmungen? Mhm. Da bin ich gerade nur ausgewichen. Oh. Okay. It's your turn. No turning back at this point. Hey. Ich kann nichts machen. Also ich komme zu dir, aber es dauert halt, ne? Okay. Ich habe meine Leute schon dabei. Hey, ich habe alles richtig gemacht. Naja, das Ding ist, siehst du, dass ich neben dir lieg? Ja. Ich meine, auf keinen, dass es immer an dir liegt, wenn wir verlieren. Ja, ist es ja, aber du hast schon schnell genug geschlickt. Ich kann mir nichts vorwerfen, ich war neben dir. Ich habe gerade getrunken. Oh Gott. Alter, jetzt habe ich es aber gerade noch eingeholt. Ja. 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 Infrastruktur der Anlage gefährdende. Wasser drunken zu hoch. An alle Mitarbeiter, sofort evakuieren. Zurück! Ich kann es erledigen! Gehaut! Ich bin so weit zurück. Ich... Hä? Ich habe mich nicht bewegt, ne? Ich war auf derselben... Also, gibst du es zu? Was, gibst du es zu? Ich war auf derselben Plattform wie du. Ich habe sie gehört. Hä? Also, soll ich nicht mitkommen? Verstehe ich das richtig? Ja, aber ich bin auf derselben Plattform wie du gewesen und gestorben. Ohne, dass ich was gemacht habe. Infrastruktur der Anlage gefährdet. Wasser drunken zu hoch. An alle Mitarbeiter, sofort evakuieren. Zurück, Captain! Ich kann es erledigen! Warnung. Infrastruktur der Anlage gefährdet. Wasser drunken zu hoch. An alle Mitarbeiter, sofort evakuieren. An alle Mitarbeiter, sofort evakuieren. Warnung. Infrastruktur der Anlage gefährdet. Wasser drunken zu hoch. An alle Mitarbeiter, sofort evakuieren. An alle Mitarbeiter, sofort evakuieren. An alle Mitarbeiter, sofort evakuieren. Das ist die Aufzeigenung. Ich vermute mal, das war einfach eine Millisekunde, in der es zu spät war von mir wahrscheinlich, weswegen ich gerade gestorben bin. Also, bei aller Liebe, ich würde dich aktuell lieber nicht mit in eine Fluchtkapseln, in der ich mich auch befinde, nehmen. Wieso? Schon noch können, hoff! Das funktioniert nicht. Bringst du dich jetzt selber um mir? Komm schon. Endlich! Los geht's, Piers. Wir hauen hier ab. Ich nehme meine starken Augen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Piers! Hör dir das nicht! Hör dir die Tür! Hör dir! Hör dir aus mich! Wir können beide von dir fliehen! Es bleibt nur Zeit! Jetzt stirbte Chris und Piers steht dran. Fuck! Nein, Piers! Nicht! Sie können noch fliehen! Wer ist das, Piers? Nein! Piers! Ich habe die Tür vor die Tür! Das ist dein Befehl! Nein! Piers! Mach uns wieder ganz eise. So, das war's mit dem Koop-Teil für mich. Oder auch nicht. Kuckuck! Oh Gott! Okay, was hast du jetzt gerade für eine Genki-Dama gemacht aus dem... Egal. Naja, ich war schon ein bisschen armselig. Deswegen hat er seine Hand angeguckt, oder? Mhm. Ich hab's mich überhaupt gefragt. So ist er jetzt nicht so wirklich Missing in Action, ne? Also man nimmt was von ihm mit und kann... Was begraben, was? Was? Tja. Gar mehr Desin. Gut, da kommt jetzt dasselbe wie beim letzten Credit Ding. Also das kann nicht abbrechen eigentlich, oder? Denk doch auch, ja. Ja. Gut! Wie kannst du denn abbrechen? J mute... Du hast es nicht!